Deine läuft? Meine läuft, genau. Auf dem Boot mit Dietmar Isajak. Ja, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Nach so vielen Jahren GoPro, immer wieder mit dem Batterieproblem, kaltes Boot. Dann, wenn es interessant wird, bei der Kamera zwei Stunden Laufstand bei und dann nur noch eine Minute Batterie. Was soll hier angeblich besser sein? Wir schauen mal. Im Sommer ist immer eine Sache, aber im Winter, wenn man dann fischte, ist es schon ganz... Und da ist die erste Vorwelle. Ab! Ja, guck mal, dass alles auch aufgenommen wird. Das ist ja das Schöne. Dietmar sagt, ich fange einen Fisch und dann fängt er einen Fisch. Ich sage, ich fange einen Fisch und da passiert nichts. Auf keinen großen Fisch, auf keinen Fisch. Fangen euch hier sonst was auf, die muss man erstmal... So sieht's aus. Dann mit Landung, so sieht er dann auch so die Innertierung. Haben wir alles. Dann geben wir mal einen Fisch hoch. Geil ist natürlich, man hat eine Sonnenbrillen-Kombination, eigentlich perfekt, perfekt. Da ist der Fisch, na, gucken wir mal, ob das alles auch aufgenommen wird. Das ist eine schöne, Dietmar sagt, ich fange einen Fisch und dann fängt er einen Fisch, ich sage, ich fange einen Fisch und dann passiert nichts. Ja gut, das ist hier auch keine große Kunst, keine Fische zu fangen, aber nicht desto trotz, auch die muss man erstmal rankriegen. Mal gucken, ob die springt, ob die auch schön drauf ist. So, dann mit Landung, das ist er dann auch so wie in Natura. So, das haben wir alles, dann bringen wir mal den Fisch hoch, na komm mal her, na komm her. So, den haben wir jetzt, ich guck mir den chiagere, wenn sie mir an, dänาม mich auf mir に nachdenken und nachdenken. So, wie ich ihn aufgenommen darf. Bis zum nächsten Mal, wBOGH! So, in, dän olanı해서 spr helpte historische Saison usa largest бумuma, So, wie ich von mir aus frank๋이 Martin finde ich, Sä нач certeppen nach inspiriert.